So, dann hat sich noch Herr Moses Mell gemeldet, bitteschön. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Michael Moses Mell. Zunächst einmal möchte ich Ihnen sagen, Ihre Kritik empfinde ich als ungerecht gegenüber der AfD. Weil so, wie Sie uns beschreiben, sind wir mit Sicherheit nicht. Was war was, bitte? Also, ist ja jetzt egal. Mein Vorschlag ist, es gibt ja diesen Kreis Seniorennachmittag und wir brauchen ja mit Sicherheit auch sehr viele freiwillige Helfer. Also könnten wir auch freiwillige Helfer aus den Flüchtlingsheimen versuchen zu bekommen. Und die könnten dann diesen älteren Menschen helfen, um zum Sensenstein, die Logistik und solche Dinge mitmachen, ihnen helfen, weil ich sie ja auch pflegebedürftig, diesen Menschen. Und von daher fände ich das gut, besser als irgendwelche Veranstaltungen, die meiner Meinung nach nicht den Zweck erfüllen. Und meiner Meinung nach ist Rechts- und Linksextremismus keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Das wollte ich Ihnen nun mal sagen.